bin ich schon live da auch. Hallöchen meine Lieben, ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Empfang haben und dass ihr mich hören könnt und sehen. Ich laufe hier mal woanders lang. So, hier ist nämlich gerade der Aufbau bei der EWT. Ich laufe hier gerade alleine rum. So, hallo, ich sage jetzt erstmal ein paar Leuten. Hallo, hallo, hallo. So, ich hoffe, die Verbindung ist okay und ihr könnt mich auch ein bisschen hören. So, für mich ist es unglaublich schwer, die Augen hier aufzuhalten, weil es so grell ist. So, hallo, guck mal, hier habe ich schon die Erste. Hier ist die Kati Rock. Hallo. Einmal an die Visit X und hier bin ich einfach live. Hallo. So, ich hoffe, die können uns hören. So, wir sehen uns gleich, ne? Gleich. So, ich muss mal hier vorbei. Hallo, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry. So. So, und jetzt, was haben wir hier? Was machst du? Doppel live. Was machst du? Doppel live. Ja, ich bin doppel live. Wir müssen mal... Kannst du mir nicht rein? Gehst du gerade wieder zurück oder bleibst du hier? Ne, ich bleib jetzt mal kurz hier. Ich bin gerade live. Ja. Aber warte mal. So, hier, da haben wir wunderschöne Mädels hier, die hier Visit X Kleidung tragen. Und VX hat natürlich hier richtig geiles Dach am Stahl. Hier sind meine. Leute, also auch Basecaps für meine Fans hier. So. Kannst du das mal bitte abhalten, Gzim? Gzim? Kannst du mal die Brüste abhalten? Die Brüste abhalten? Genau. So. Guck mal. Und hier sind sogar so Kalender. Wow. Voll schön, ne? Und davon bekommen mehr Bilder. So, dankeschön. So, oh. Hier muss ich mal kurz das wechseln. Guck mal hier. Das sind im Übrigen meine Sonnenbrillen. Und jetzt müsst ihr mal kurz aufpassen. Du weißt, dass da noch rein, ja, alles Mögliche, ne? Alles, was dazwischen passt. So, ich bin hier. Moment. Bei uns sicher nichts. Ah, okay. Ich muss die jetzt hier wegschmeißen. Willst du sowas haben? Ich nehme mal so eins mit. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich kann auch rein. So. An mir ziehe meine neue an. Und eine neue brauche ich hier für meine Sonne. So, Leute, ich habe wieder meine neuen Sonnenbrillen. Sabrina, darf ich dir die geben? Das ist eine alte von mir. Ich musste gerade austauschen. Sehr schön. So. Aber die ist auch von der Exikante wegwerfen, meine ich. Die ist, genau, die ist total am Ende. Wegen dem ganzen Eingreben und so. So, weiter geht's. So. Hier geht's weiter. Die sind überall. Ich mach hier mal um. Überall Leute. So, ich suche jetzt noch mal ein paar Mädels. Vielleicht finde ich hier noch welche. Da, da. Ich hab welche gefunden. So, ich muss immer suchen. Aber ich hab welche gefunden. Moment, Moment. Die verteilen sich hier immer auf 50, 50 Seiten hier. Guck mal, hier haben wir. Moment, ich fang da bitte an. Entschuldigung. So. Das ist hier. Hallo, das ist Lea Obscure. Das ist der Visit X Stream und das ist meiner. Da kannst du auch halt los sagen. Ach, warte mal, ich muss dich auch drehen. Ja. Da sind wir. Hi. Hi. So, die Handys sind total heiß, um ehrlich zu sein. Aber, wie findet ihr eigentlich die EBT? Kannst du das selber festhalten? Ja, kann ich. Das ist der Arm, so fällt mir ab. Ja, bist du ja ganz cool. Das Wetter ist gut. Wind chillt mir gerade so ein bisschen. Mal gucken, was noch kommt. Wie findest du's? Also, ich find's auch cool. Ich hab jetzt erstmal meine alten Sonnenbrinnen in Sorten eine neue Geräusche. Geiler Start. Zwei. Zwei. Ich hab sogar das Ding abgelassen, weil ich wollte direkt weglaufen, weißt du, weil Liebstahl und so. Ja. So, neben dir hast du auch jemanden. Wer ist das denn? Hi, ich bin an der Sonnenbruch. Und wir sind hier auf VisitX und auf meinem Channel, das ist Salissa Noa, hier auch bei euch. Ich hoffe, die hören einen Pornourlaub hier haben. Ja, so sieht's aus. So, ja, was schreiben die? Ist da alles in Ordnung bei euch, ne? Ich hoffe. So, dann gehen wir mal weiter, weil wir haben hier noch mehr Mädels. Und die wollen ja bestimmt auch mal hier Hallo sagen den lieben VisitX-Leuten hier. Oh Gott, ist das heiß. Wirklich, oder? Ja, es war heiß. Ich überleg schon die ganze Zeit, dass ich mein Kleid ausziehe und nackt bin. Oh. Mach ich mal. So, wen haben wir denn hier? Kannst du das selber festhalten, bitte? Das ist heiß wie scheiße. Oh, ich verbrenne. Und hier, Maria Mia, hier am Start bei mir. So, irre. Das ist einfach voll mega heiß, ne? Ey, das ist wirklich heiß. Wollen wir uns gleich ein bisschen ausziehen? Na, ich zieh mich nicht aus. Warum? Nee, ich bin schon veraltend. Nee. Willst du mir helfen? Ich zieh mich nur vor der Cam aus. Das ist eine gute Geschichte. Ja, ja. Oh, der Shit. Super, und dann haben wir noch jemanden hier. Genau, ich schreie mal weiter. Genau, kannst du das Handy einfach weitergeben? Mein Name ist Loppe. Oh Gott, bin ich schon heute. Du musst es jetzt mal nehmen, weil es meine Hand an geht. Ach so, ich bin wieder da. Hi. Hallo. So, hallo. Ich glaube, wir haben hier zu wenig schlechten Empfang, glaube ich. Nicht schlechten? Ja, ich bin ein bisschen betrunken. Das ist Eva Loppe. Hallo. Die ist auch hier am Start in unserem Pornoburlaub. Ja. Sehr geil. Ja. Ja, also ich muss hier, glaube ich, noch mehr Mädels suchen. Ach, guckt mal, liebe VisitX-Zuschauer, wen haben wir denn hier gefunden? Tim Grenzwert, hier. Ja, hallo. Was geht? An die liebe VisitX-Zuschauer. Oh, live. Hallöchen. Ja, hier auch bei LiliLil. Ah, krass, das LiliL? Genau, und das ist, äh... Hallo, liebe LiliL-Zuschauer, hallo, liebe VisitX-Zuschauer. Immer schön Wixi-Wixi machen bei LiliL, ja? Ich muss weitergehen. Der war übrigens hier, die Ausbeute war gut, oder? Der war super, ein Bluetooth-Box ist da. Gibt es nicht viele. Oh, ich muss laufen. Schnell. Ich muss laufen, Moment. Wo? Bluetooth-Box hier? Powerbank. Ist weg. Ja, ich habe schon. Nein. Nein. Wenn eine nehmen wir. Ja, zwei. Kann ich eine auch? Für jede eine, oder? Ja. Kannst du mir eine mitnehmen, weil ich habe irgendwie zwei Händen, die es sich kaut? Hol die gleich bei dir ab, Eva, okay? Ich gehe nämlich weiter, damit wir hier mehr Stuff sehen. So, hier im Übrigen, hier mal an die VisitX-Zuschauer. Die Crew ist immer am Start, alles ist da. Super. Ich habe Gott sei Dank, ich habe Gott sei Dank schnell reagiert. So, ich bin übrigens ausgestattet hier. Mit neuen Brillen. So, ich bin weiter. Weiter geht's. Da haben wir hier. Da haben wir Anni Bunny, hier. Anni, sag mal bitte Hallo. Hallo. Du musst Hallo sagen. Anni, du musst Hallo sagen, schnell. Sie unterhält dich, wir kommen gleich nochmal wieder. Die sind alle immer so unfreundlich zu mir. Die wollen nicht. Hier haben wir nochmal Kati, die hat sich jetzt umgezogen im Übrigen und sieht richtig heiß aus, ne? VisitX-Zuschauer. Das geht gut los. Ja, finde ich auch, richtig heiß hier. So, weiter geht's. Ich gehe weiter. Ich werde hier noch ein paar mehr Leute finden. Hallo. Oh, Entschuldigung, heiß. Sorry, sorry. Nein. So, weiter geht's. Wen such ich hier noch? Oder wen haben wir hier noch an heißen Gürt? Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich sehen. So. Guck. Mein Auge hier. So. Hier sehe ich gerade keine kleinen Gürt. Hallo. So. Ich suche nach. So. Wir gehen auf Suche. So. Sehr schön hier. Nice wie immer. Es ist mega nice hier. Und guck mal, wen ich hier gefunden habe. Sie liegt im Pool, weil sie relaxt. Lena Nitro. Hier auf meinem Kanal. Ja. Zu sehen. Ich muss den Gas gegen nehmen. Ja, ja. Ich muss atmen. Bei mir rollt schon fast. Sonst haben wir hier auch noch zum Beispiel Aaron von Damage. Den kann man ja auch mal zeigen. Und natürlich noch viele andere. Deswegen. Aber ich muss noch ein paar Camgirls finden. Haben wir hier noch ein paar Camgirls? Ich gehe da mal hin. Und dann fragen wir die, was da abgeht. Alles klar. Bis später, Le. Schön hingucken, wo du läufst. Wenn ich im Pool fallen. Nee, dann kriege ich Ärger. Dann sind die Handys kaputt. Oh, ist die geil, Leute. Wenn ich das sehen könnte. Eine pinke Schwimmhose. Es ist so nice. Hier müsst ihr euch vorstellen, die Location ist einfach atemberaubend. Ich will euch das auch mal hier zeigen, den ganzen Spaß. Hier residieren wir alle. Gerade. So, hier für euch auch nochmal. Sehr nice hier. So. Hier chill ich die ganze Zeit fleißig immer an meinem PC. Und so, damit ihr natürlich immer up to date seid. Hier chille ich. Das ist meine Area. So. Hier sind wieder Visit X Crew Leute. Wie, ähm. Ich möchte gleich einen Drink haben. Ah, guck mal. Hier wird geblasen fleißig. Aber ich meine kein Cock, sondern natürlich ein Aufblas. Ähm. Bädchen. So, hier haben wir aber noch ein Mädchen. Die ich euch vorstellen möchte. Und, ähm, am besten macht sie das Wechseln, die sich hier angezogen hat, glaube ich. Weil sie ist gerade, also anziehen sieht immer so ethisch aus, das wollen wir einfach nicht zeigen. Anziehen ist besser. Ja, Mann. Hallöchen. So, wie heißt du, wer bist du? Ich bin die Violetta Angel. Und, ähm, ja. Ich bin als Cam Girl mit Fummo Girl hier auf der EBT. Nein, nein, nein. Geil, geil. Und was sagst du? Es wird dann heiß, Party. Das ist immer gut, oder? Ich finde es auch. Also es ist echt geil heiß. Das ist eine geile Party. Ich glaube, wir sind auf meinen, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Also, ja, haben wir hier, also wirklich die absoluten heißesten Mädels am Start. Also ich schwöre, wer hier als Kerl ist, der hat auf jeden Fall Glück, im Unglück, oder so. Ja. So, im Übrigen werde ich hier die ganze Zeit für absolut geistesgestört gehalten, weil ich hier, ähm, mit meinen Handys rumlaufe und total verspastet rumrenne. Ich habe im Übrigen ja immer noch dieses neue Ding auf meiner Sonnenbrille, aber das ist natürlich geil. Das ist natürlich volle Absicht und natürlich abgekatert. So, ich werde jetzt nochmal da vorne hinlaufen. So, hier haben wir nochmal unsere hübsche Lena Nitro. Aber sind die neuen Handys eigentlich wasserfest? Ja, aber ich fall gleich. Guck mal, ich werde hier wieder gemobbt. Falls ihr das bitte seht und ich am Montag nicht nach Hause komme, meldet euch bei mir. Mein Handy schon. Das ist wasserfest. So, weiter geht's. Scheiße labern muss sein. Das gehört hierzu. Sonst überlebt man den Tag nicht. Das muss ich übrigens sagen. So, ich laufe jetzt hier wieder bei das absolut geile Gelände. Fetter Scheiß, ne? Oh, guckt mal, Leute. Es tut mir leid, es ist, wie es ist. So, hier ist wieder Visit X von hinten. Es ist mega. Hier sind überall Leute. Gebt euch diesen geilen Shit. So. Wieder umgedreht. Da vorne haben wir noch Anni Bunny, aber die war eben im Gespräch. Mal gucken, ob sie jetzt mal kurz Zeit hat. Ich suche im Übrigen auch nur Josie Black, die hier auch die ganze Zeit rumtitscht. Aber auch ich finde diese Dame gerade nicht. Vielleicht ist sie aber auch drinnen oder nach Hause gefahren. Das weiß ich im Übrigen gerade gar nicht. Aber wir werden es herausfinden. Hier laufen uns wieder die absolut spektakulären Lea und Alissa über den Weg. Hier die zwei. Ja, achso, hallo, hallo, liebe Leute. So, ich gehe weiter hier, weil sonst falle ich vom Ding. So, jetzt gehe ich hier. Jetzt gehe ich hier weiter. So. Mein Handy ist heiß, aber es ist alles klar. So. So. Wo ist denn eigentlich die Josie? Ja, die sind in der Finkhausen. Achso, okay. Die Josie werden wir jetzt leider nicht sehen. Das bedeutet aber, ich werde sie gleich nochmal in den Storys posten, damit ihr sie sehen könnt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal kurz sie wieder abschalten. Oh Gott, ich bin hier. Mitten im Weg hier werden die absoluten Pressebilder gemacht. Ja, also ich würde sagen, ich melde mich später nochmal bei euch. Mua. Ja, und euch. Ihr seid natürlich die besten Fans, die ich habe. Ich bin immer dankbar, dass ihr immer da seid, wo ich auch bin. Ich hoffe, ihr habt mich einigermaßen verstanden. Allerf, ich bin völlig betrunken. Ich bin gar parliamentary. Ja. Vielen Dank.